Zuerst testen wir unseren Sunliner. Wir können damit locker durch die Stadt fahren. Wir testen mal, wie du dich wohlfühlst im Fahrzeug, wie viel Platz du hast. Auf geht's! Aufladen geht super einfach mit einer haushaltsüblichen Steckdose. Wir können jetzt hier direkt an der Hochschule in Fulda laden oder an der Ladesäule für Elektrofahrräder. Wir testen das einfach mal aus. Eine Tankfüllung sind etwa 2 Euro. Damit komme ich dann so 60 Kilometer weit. Bis gleich!